So, alle wieder da, Entschuldigung, es war irgendwie ein Übertragungsfehler, es hat es gerade abgebrochen, keine Ahnung. Ich bin hier runter, ich weiß nicht was ihr noch alles gesehen habt, ich bin hier runter gesprungen, hab die andere Seite knapp nicht erwischt und hänge jetzt hier fest. Also von der anderen Seite von der Brücke bin ich losgesprungen und äh, naja, bin jetzt hier. Zack und, plupp, hu. Looch. Malz. Okay, weiter im Text, weiter im Text. Ich weiß nicht mal, ob ich in diese Richtung, muss ich in die Richtung? Kann ich hier hoch? Nein, hier bin ich auch nicht hoch. Dann doch die andere Seite. Du hast Karamellmüsli zum Essen? Die Woli, oh man. Ich hab so'n Hunger. Ich könnte Günther essen. So'n Hunger hab ich. Oder Dolph. Anders hin wieder. Schnell bist du, hä? Ein Betäubter, ist nicht schnell. Und hopp. Und zack. Und rollen und schlagen und hüten. Ah, shit. Na gut. Dann probieren wir's ein zweites Mal. Das war wahrscheinlich... Nein. Das war kein Fehler. Äh, kein von hier. Tot, 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 tot. Hüi. Das reicht. Es. Die Furcht. Morgen früh hast du Schoki-Minz-Müsli. Du machst mich fett. Weißt du das? Ganz fies. Zack. Fies. Okay. Da ist Dolph wieder. Dolph lindgrin. Lundgrin. Hüi. Okay, ich bin auf den Steinen safe. Der und ich haben irgendwie Ähnlichkeit, nicht? Wir haben beide ziemlich... Wir haben irgendwie Ähnlichkeit. Wir haben beide so ein Horn auf dem Kopf. Die Augen und die Gesichtsmuskulatur ist etwa... Er ist ein bisschen... Einfach so... Eine stärkere Ausgabe von mir. Vielleicht ist das mein lang verschollener Bruder Dolph. Dolph war das Baby schon fett. Und jetzt als Monster ist er auch dick wahrscheinlich. Gut, okay. Wir gehen jetzt wieder so runter. Feuer. Wenn Dolph mein Bruder ist, dann will ich ihn nicht essen. Kannibalismus. Selbst wenn er der gleichen Spezies angehört wie ich, wäre es ja ein Kannibalismus. Obwohl, ist Kannibalismus nur zwischen Menschen? Oder wenn jetzt... Wenn jetzt ein Tier, ein gleiches Tier ist, ist das dann auch Kannibalismus? Das ist jetzt die Frage, ne? Ist Kannibalismus nur für Menschen? Also das Wort. Und wie nennt man das dann, wenn Tiere sich gegenseitig essen? Auch Kannibalismus? Oder hat das ein anderer bezeichnet? Ist schön warm hier. Komm, komm, schneller. Okay, jetzt bin ich geröstet am Rücken. Riecht gut hier. Mmh, lecker. Das Spiel hier kann man nur alleine spielen. Ja, richtig. Das ist ein Solo-Spiel. Ah, Kannibalismus ist also auch unter Tieren. Die Wortwahl. Wurde gerade gesagt. Wie ist es dann mit Pflanzen? Pflanzen, die andere Pflanzen essen, ist das auch Kannibalismus. Tut den lustigen. Tut den lustigen. Späer in die Fresse. Nein, ich habe so eine schöne Serie gehabt und wollte jetzt Punkte sammeln. Also eben, das mit den Pflanzen, da muss ich ja jetzt also sagen, das passiert ja häufiger. Also ich sehe viele Orangen, die andere Orangen essen. Oder Bäume, die Bäume essen. Wie würde man das denn nennen? Nein, ich dachte da eigentlich in erster Linie an Fleischpressen empflanzen, aber die essen sich ja auch nicht gegenseitig. Spende, komm gleich dazu, Terrorzwerg. Moment. Ich muss hier noch ganz kurz Leute töten. Ach, ach, ist mir zu blöd jetzt. So, stirb, stirb, stirb. So. Terrorzwerg donated 5 Euro. Vielen Dank für die Spende, mein Lieber. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Das Geld wird natürlich in das nächste Game fliessen, das ich streamen oder das ich landsplayer. Selbstverständlich. Also danke dir für die Unterstützung. Oh, Dolph ist wieder da. Ich würde nicht so lange gucken, ich würde rennen. Ja, zeige ich Ihnen. Und da haben wir noch andere Kreaturen, die da in der Wüste herumirren. Oh, scheiße. Renn, renn. Oh, wow. Einfach nur Mark, guten... Oh, Mensch. Weih. Leck da. Ich hab's eilig. Das Munkgeruch. Halt die Fresse. Das sabbert er mich einfach voll. Warte mal. Wie ging das nochmal? Du. Autsch. Ah, ja, genau. Ich muss zuschlagen, wenn er zuschlägt. Oh, fuck. Nein. Das wird eng. Nein. Warum machst du immer diese? Schlag mal nochmal zu, verdammt. Genau so, aber langsam, bitte. Ja. Sehr schön. Ja. Und noch einmal. Nein. Mach keinen Unfug. Nein. Das ist Unfug, was du machst. Also gut. Wir stehen nochmal auf. Wir haben ja ein Elixier. Die Stachelhand kannst du blocken. Ach so. Warte mal. Ah, hat die Steine entfernt. Oh. Na, Stachelhand. Denn ich lehne einfach nicht dazu. Jetzt hab ich's geblockt. Und trau dich ab. Nein. Schlag nochmal zu, Beigling. Das ist das Ende. Lange lebe, Dolph. Ciao, Dolph. Okay, 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 okay. Wir gehen weiter. Wenn ich lieb bin, kriege ich einen Link zum Müsli. Das klingt aber sehr nach Erpressung. Dann will ich das Müsli nicht. Dolph sieht aus wie du, wenn du am Morgen aufstehen musst. Ähm. Ja, ich sag das Dolph jetzt nicht. Arme Dolph. So, also. Dolph ist nicht mehr. Wir gehen weiter. Bevor wir aber weitergehen, werde ich noch ganz kurz was kaufen. Wir haben vier Millionen hier, ne? Äh. Können hier sicher noch irgendwas cooles kaufen. Was haben wir hier noch? Diese Talisman bindet er damit in, ne? Das ist egal. Lässt Arbon außerhalb des Kampfes. Ich möchte ihn wirklich kaufen, ja. Ja, für mein Ups. Gesundheitspunkt um 5 erhöht. Muss ich das dann noch aktivieren oder so? Ja, wir können hier auch noch meine Stärke verbessern. Die maximale Gesundheit wird nochmal erhöht. Wir machen das auch noch für zwei Millionen. Wir haben das Geld, ja. Standards, hab ich mich verklickt. Arbon, nicht tödliche Technik, verbessert seine Fähigkeit davon ein. Beine sind länger betäubt. Ich weiss ja nie, ob wir das auch brauchen. Ja, ja. Dann hier. Jeder Angriff bringt ihm mehr Blut. Natürlich, mehr Blut ist gut. So einfach. Arbon, ne? Jetzt können wir das dreimal einsetzen. Kostet, was ja da auch wieder zwei Millionen. Oh, das ist aber geil. Eröffn mir das Nächstes. Zuerst aber. In das Schloss der Hydra. Ich bin mir auch sicher, wenn's Schokokaramell-Knusper-Müsli ist. Ich werd' einfach nicht gerne erpresst. Das ist es halt. Okay. Okay. Also. Für alle, die das noch wissen vom letzten Mal. Die Hydra hat auch zu uns gesprochen. Als wir dann ihr begegnet sind. Gehöht Arbon, maximale Gesundheit. Und. Wir machen die Gesundheit. Ebolina, du nährst mich. Aber ich bin hier konzentriert. Jetzt hab' ich 18 Gesundheit. Man sieht das unten links. Sau viel. Und zockerin. Guten Abend übrigens. Hallöchen. Alarmiert. Den Hydrat. Hydrate sind nicht gut. Den jetzt hab' ich das letzte Mal schon gebracht. Und er war auch da flach. Ich hab' beide Angst vor mir. Und. Eins und zwei. 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 Und eins und zwei. Zwei. Ich hab' eine fette Kanone. Die Hand muss ich mir natürlich nicht mehr krallen. Weil ich ja. Das ja. Mal durchgespielt haben. Und deswegen die Fähigkeit schon besitze. Ich muss hier nicht mehr in der Dunkelheit herumirren. Ich bin hier. Oh. Ja, ja, ja. Scheiß. Oh. Das schaffen wir ja. Hier drin krieg' ich dann die Fähigkeit, ne? Ja. Weiter vorne. Die ich eigentlich schon habe. Ob ich Wolverine bin? Nein, ich bin sein unbeharrter Bruder. Äh, Salamandarin. Aber es passt sogar noch. Sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Salamander. Jetzt wird es hell. Nutsch. Und den zweiten schaffen wir noch. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel heisst, dann Ausrufezeichen Game eingeben. Und dann wird es euch angezeigt. Also auf YouTube nicht. Oh nein. Das sieht mich so häufig. Also auf YouTube wird das nicht angezeigt. Natürlich. Muss man nicht in die Kommentare schreiben. Ausrufezeichen. Game. Gibt sicher ein paar Troller, die das trotzdem machen. Aber hier im Stream kann man das. Wenn ich ihn wieder nehme, dann geht's zu, ne? Ja. So, das letzte Mal schon. Das ist ein verkackter Schlüssel. So. Warte mal. Könnte das gehen? Nein, ich... Ah, ja, ja, ja. Das ist nicht so weit. Ich wurde entmaterialisiert. Und nun bin ich zurück. Komm. Jetzt tut es nur noch verstecktes Zeugs. Ich wette. So. Dann wurde das falsch eingestellt. Wohl auf Twitch. Das Spiel heisst Shadow of the Beast. Vor allem ist der Stream aufgestürzt. Deswegen steht jetzt. Is now playing. Ja, das ist jetzt blöde. Ist das nicht mehr. Sein soll. Ich stelle es kurz um. Währenddessen hier. Die Flammen. Warum Flammen? Uah, ja, ja. Ganz kurz. Und da auf. Ja. Biest. Ja. Zack. Done. Und jetzt steht's. Dieses Gerät sieht aus, als wäre es zum Anlocken von Wespen. So, so. Das können wir noch nicht benutzen. Oh, Owen. Schieß. Schieß auf das Nest, damit die Wespen dich verfolgen. Ja. Die Waffe habe ich ja schon. Also, ich habe sie schon. Normalerweise müssen wir die Waffe noch holen. Wir machen das auch gleich. Aber wenn ich schon dabei bin, hier. Kommt, meine Kleinen. Kommt. Terrorzwerg. Schuhlinenspende. Meine Fresse. Terrorzwerg. Donated 4 Euro. Kann man dich bestechen, dass heute kein Destiny kommt, sondern das derzeitige Spiel. Also, ich werde jetzt dieses Spiel hier, das ich gerade spiele, das spiele ich noch fertig, Neurozwerg. Garantiert. Und auf YouTube werde ich das dann auch hochladen. Das heißt, alle, die sagen, ich will nur Destiny sehen und ich will das Spiel hier nicht sehen. Die können das auf YouTube. Oh, die sind scheiße. Oh, die sind scheiße. Darf ich mal ganz kurz? Danke. Einen Moment. Das, was ich nämlich gesagt habe, macht gar keinen Sinn. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Hier, ich trete die nochmal in die Fresse. Um Glück ist das Spiel nicht so blutig. Hier nochmal. Roundhouse Kick. Meine Fresse. 54.000 Punkte. Das ist schon ziemlich viel. 67.000 Punkte. Jetzt geht's ab. Schmidts Katze hier. Sapper. Loot. Es sind die Viecher einfach, die so viele Punkte geben. Kommt nochmal so einer. Nö. So, also eben. Das Spiel hier, das lade ich auf YouTube hoch. Für alle, die den Stream verpassen. Und Destiny kommt dann nach dem Spiel hier noch. Das wird dann auf YouTube nicht mehr hochladen. Das. Wir spielen das hier noch. Fertig. Dauert nicht mehr an zu lange. So. Obwohl, warte kurz. Es war, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Ist nicht. Naja, eben. Wir spielen das noch fertig. Und dann stream ich was anderes. Aber jetzt widmen wir uns diesem Spiel hier und... Hey. Arsch. Ist gar kein Blut dabei bei dem Spiel. Ja, tut er alles. Das. Ist gefakt. Alles gefakt. Ja, das. Ach komm, wir machen es jetzt so. Ich töte euch. Einfach. Alle. Nein, zu spät. Nein, zu spät. Mann, Mann, Mann Wir gehen doch weiter nach links Zockerin, ich habe eine Fanpage für mich gemacht Ja, zock Kannst mir den Link flüstern, dann gucke ich mir das später an Okay, warte mal, ich kann hier rein Noch mehr Feinde Ja, jetzt hast du daneben getroffen Na, dann töt ich euch halt einfach so Ah, nein, ah Puh Oh, das gibt Punkte, das gibt Punkte Ja Oh Gott Erlittert ein Refer Null So sieht's aus Hier kriege ich dich nachher, natürlich Also, ja, die habe ich ja schon Die Wand hier kann ich ja auch zerstören, ne? Genau Ob ich Watchdog 2 Let's Plane werde? Nein, ich habe das einen schon nicht Let's Plane Jetzt kann das eins nicht hinter Hier Ich bin in meinem Element Meines Töten ist mein Element Achso, genau, natürlich Jetzt habe ich hier den Gang, ne? Genau, jetzt kann ich von jetzt das Ja, das ist einfach nur eine Abkürzung dafür, dass ich Was ich dann Eine Abkürzung habe, dass ich dann Kanone geholt habe und ich so dann hoch Das heißt, wir gehen nochmal zurück und gehen nochmal ganz runter Was nochmal Feinde? Ja, scheiße Nein, das war anders geplant Hör, dann hat's zu Geh mir da eine Lebensmitte Oh Gott, wie das aussieht Und was will ich bei dem essen? Will ich die Gelatine aus den Knochen raus saugen? Mh, lecker Gummibärchen so ich fühle mal meine lebenspunkte voll auf sapalot die geben mir kein blut von der anderen seite noch einer jesuus christ um ja stop dich oh man Oh. Geh es dir jetzt. Geh mir all den Fleisch. zockerin das ist mir geschickt danke dir ich werde mir das dann später ansehen ich mache es jetzt mal auf die haben wir noch mal eine tür ich habe zu wenig blut dafür das reint sich und die hier haben wir noch mal eine tür und ich habe viel zu wenig blut dafür immer diese schläge von ihr macht mich wahnsinnig das ist einfach so das kostet mich so an einfach durchspammen einfach durchspammen jetzt habe ich genug es wird gefragt warum ich das spiel nochmal durchspiele das letzte mal hatten wir doch keine stimmen wir hatten keinen untertitel wir wussten nicht was die leute sagen so und eine weitere tür ist offen ich weiß auch erst jetzt warum dass das zugeht die wespen übrigens die können nur in der dunkelheit leben nicht nicht bei tag leben das heißt müssen die wir müssen die durch die gänge im inneren müssen wir die führen und die fenster die vorhin zugegangen sind sind bewusst zugegangen das ist zugegangen dass ich die wespen ziehen kann eben wie sagte hier kommt nackt jungs folgt mir mal ich habe neues zuhause für euch los 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 und zwar in dem dass wir ja genau das war schon das letzte mal das problem ouch ich stechen ich bring euch alles zuhause und die stechen mich alle das ist leicht unfair die folgen mir jetzt ne das heißt wir haben jetzt hier geschlossenes fenster alles zu deswegen können sie mit dann können wir hierhin noch mal weiter noch weiter noch weiter hier runter au und neues zuhause aha was kann ich hier eigentlich noch hoch also ich kann schon hoch aber es bringt mir nichts okay also das was ich jetzt gemacht habe das ist naja einfach so ein bisschen gebiet erkunden hier übrigens sind die fenster wieder offen wie man sieht die waren vor allem genau gleich exakt identisch roadblock guten abend guten abend übrigens an alle die dazu gekommen sind 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 sie noch ein paar dazu gekommen so ganz kurz gucken wo ich überhaupt rennen muss das gebüt des hydraten hier und den namen hat hydrat und darf die idee das hydrat zu nennen leute noch mal für alle ich beantworte jetzt keine destiny fragen jetzt bin ich hier am shadow of the beast spielen destiny fragen beantworte ich dann wenn ich destiny spiele ihr seid mir auch alle destiny süchtig nehmen wir mit ich glaube die muss ich dann unten durchführen weil die dann nicht durch den teleporter sterben da hopp 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 jetzt sind die zwei türen offen das ding geht runter wir gehen zuerst hier durch nein die gehen noch nicht hier durch wir gehen zuerst runter ach ja genau jetzt wir machen mal ein paar kaputt weil ich ich muss hier im park kaputt machen ich hier glaube ich nochmal durch muss ich habe ja genug lebenspunkte eigentlich momentan ja genau hier muss ich hin dann da vorne weiter du liebst mich no homo aber vielleicht doch ja ein bisschen wie muss sein das macht das leben nein ist nicht also gut ich habe nichts gegen bisexuelle aber ich bin dahingehend doch hetero kommt los kommt schneller schneller jungs hopp 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 es gibt hier ouch sehr sehr viele versteckte gänge sehr sehr viele versteckte orte in dieser festung gerade die schwierige die schwierige festung eigentlich so jetzt neues zuhause und wir gehen durch so wir haben freunde gefunden ach komm dann drüht dich dann ein schädel weg vielleicht wollte eigentlich noch was ausprobieren haben wir noch einen genau war jetzt so dass ich bin ich hier so bediene mich hier eines kleinen trickes ich weiß nicht wie es funktioniert ich muss den schatten glaube ich irgendwie richtig werfen ach so genau der schatten der jetzt habe ich es bestanden das letzte mal habe ich es einfach so gemacht dass es irgendwie funktioniert das war falsch ein stein wird mein sein es ist mir guten abend guten abend übrigens an alle die dazu gekommen sind jetzt können wir hier hin oder hier hin hier wollen wir hin wo führt mich diese porta eigentlich hin zu der hydra also hier hin und das ist natürlich noch verschlossen finde die zwei fehlenden hydrataugen im schloss eins zwei drei vier fünf und zwei fehlende das sind sieben das heißt die hydrat sieben köpfe hier komme ich wieder zurück ne ja ja das ist der gleiche okay okay das heißt wir gehen hier unten mal weiter und zwar da vorne naja egal ich habe genug lebenspunkte von daher finder ich will jetzt was ausprobieren ich habe die fähigkeit noch nicht schade dann schneide ich dich ein Stück wenn du dich so energisch dagegen wärst ach so es sind die kleinen zeichen die ach so jetzt okay warte das heißt es ist genauso und wir haben es und ein weiteres Auge von den sieben ich vergaß genau kann ich hier auch eine fähigkeit einsetzen nein das geht nicht ja ist so mühser nein 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 und jetzt ja Jesus Christ ist doch nicht möglich so ich mach so wie ich es immer mach ich klicke einfach durch übrigens hier im Hintergrund sehen wir wie der Dolph der gefangene Dolph sieht ein bisschen aus wie ägyptische Zeichen muss ich sagen das andere Zeichen kann ich dann erst aktivieren wenn ich da rechts reingehe eins nein warte muss die Kühe noch zuerst tricky waren das Zeugs nein unterschönen die Lebenspunkte da jetzt haben wir alle Augen aktiviert und das Tor zu Hölle öffnet sich Poseidon is hosting you Poseidon du alte Socke Dankeschön wie geht's dir? bist du gerade da? und ich muss hier wie kann ich die Tür öffnen? wie kann ich diese Tür öffnen? kann man die Tür überhaupt öffnen? nicht ne? die kann man nicht öffnen scheiße also gut wir machen es anders gehen vom Startpunkt aus schöne Grüße von Van Gogh danke dir wenn ich liebe Grüße zurück wenn du wieder mal bei ihm bist sehr nett von ihm dass er mich horstet lange nichts mehr von ihm gehört überall im Schloss haben sich Türen warte mal was stand jetzt hier? kriege ich die Nachricht nochmal? nein überall im Schloss haben sich Türen geöffnet kann das stimmen? dann würde theoretisch hier unten noch eine geöffnet vielleicht hier unten könnte noch eine sein oh dann warte hier sind wir schon mal hä? hier sind wir schon mal durch ne? doch doch ach genau die hier hat sich jetzt geöffnet das hier hat sich jetzt geöffnet jetzt hab ich es super noch mehr Feinde ah geil okay wir probieren es so du auch gleich nein scheiße nein 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 komm nein komm auf dich mein meins 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 so alle die von Poseidon hier rüber gekommen sind herzlichen Dankeschön und herzlich willkommen so das ist glaube ich das ist überhaupt nicht das wo ich denke was es das ist was es sein sollte oder so bin ich auch nochmal runter oh gut lebenspunkte und wenn ich lebenspunkte kriege und so das wird dann da vielleicht auch ein bisschen böse ich spiele hier shadow of the beast ein kleines remake von einem ehemaligen älteren spiel was ist das jetzt für ein Ort ach so okay warte ich glaube ich weiß wie ich das machen muss das ist cool das ist cool wir gehen hier kurz hoch wahrscheinlich ist die ja die tür ist verschlossen es gibt ja ganz viel zu entdecken hier das letzte mal als ich hier war habe ich ja gar nicht mal ansatzweise alles entdeckt wir machen es anders ich muss das nochmal aktivieren wir müssen runter komm nein zurücksetzen nein tack weil die Wespen die dürfen nicht jetzt muss ich aber ganz gut nachdenken wo ich durch muss ja tack komm 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 schneller 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 hopp 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 nicht dass ich das von der zeit her schaffe wenn dann wird das verdammt eng obwohl na 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 das krieg ich hin das krieg ich hin 20 sekunden noch das geht das geht komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon es wird knapp es wird knapp wenn ich schaffe es wird verdammt knapp komm schon jungs kommt schon ein bisschen gas hier nein kommt es muss schneller gehen wieder zu nein naaaah hier kriegen sie hin wir kriegen sie hin wir kriegen sie hin ja du bist schnell schnell du bist gut er ist gut er ist heute gut haben wir fast 30 25 könnte gehen dieses mal könnte es gehen nicht so blöde hüpfen würde teilweise dann könnte es vielleicht gehen in sekunden das reicht das reicht das reicht los wir haben fünf sekunden plus gerade 2 1 los ja so knapp so knapp glaubt es nicht oh das ist nicht was passiert das weg gegangen ich habe das ganze gebiet noch nicht richtig erkundet noch nie ich habe dich gesehen wir füllen zuerst mal die lebensmutter mit hier okay zack mit gut 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 läuft gut dann jetzt mal im altempel mal ein bisschen schneller oh punkte es regnet punkte jesus die geben viele punkte die skelette geben doch dann viele punkte das geht noch nicht nein jetzt noch von der anderen seite und jetzt der noch mal und das noch mal und hier noch mal ich habe viele gelegt das macht er jetzt aber hier ist doch auch was weg ich kann hier jetzt hoch hat er mal nein ich stelle mich gerade auch an was ist das jetzt wieder für ein art hier kann ich hin und zurück das will ich aber noch nicht ja lebenspunkte schwinden und alles egal es ist gerade schön dass wir hier noch so viel erkunden können das ist eigentlich geil dachte mir noch das letzte mal dass ich hier war das doch das ganze noch ein bisschen größer sein muss die ganze festung genau das ist auch der fall es sind viel es ist viel mehr hier dass man eigentlich denkt im ersten moment okay na scheiße jetzt bin ich hier ja nein 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 ganz vorsichtig nein nein okay dieses mal mit zum großzügigem anlauf ja 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 das schnapp ich mir nicht mit direkant und hopp scheiße Stelle wenn ich da am ende nicht was gutes kriege werde ich sauer Nein! Jetzt verliere ich dann langsam die Geduld. Ich muss wirklich ganz früh muss ich schon anfangen zu springen. Es ist gestört. Eigentlich ist es viel zu früh. So, jetzt schon. Unglaublich. Uhuhuhuhuhu. Höh! Oh Gott, man sieht so wenig hier. In eine bekloppte Stelle. Siegel. Dimensionsverschiebung habe ich jetzt gekriegt. Was ist das? Hier haben wir noch ein Portgerät. Nach rechts ist immer nach oben. Warte mal, es hat sich doch jetzt noch was anderes geöffnet. Naja, kommt, das ist mir jetzt eigentlich egal. Wir gehen jetzt zu Hydra. Und töten jetzt die Scheißhüter. Und los geht's. Ich bin also nur ein Experiment, hm? Ich bin also nur ein Experiment, hm? Ich bin also nur ein Experiment, hm? Ich bin auch... Woa! Und los geht's! Und los geht's. Und los geht's. Nicht gut. Na scheiße, ich muss ja den Schalter noch klicken, ne? Eigentlich. Ah! Ein Zoom-Trotz-Klicken-Scheiß-Schalter, man. Come, 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 come. Oh ja. Jetzt sind es weniger gehabt, ne? Kommt nimmer, kommt nimmer. Runter und... Hu! Ich kann nicht ballen, weil ich gar keine Schüsse mehr habe, sehe ich gerade. Ich glaube nur runter. Nein, 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 das wollte ich so nicht. Das war ein bisschen anders geplant. Ach, verdammt. Jawohl. Auch du kriegst eins. Obwohl, ich will zuerst noch kurz das Blut holen. Okay, jetzt aber. Und das. Blut. Achso, das zieht mir sogar alles Blut ab. Das war jetzt also unnütz, dass ich da auch was geholt habe. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein. Das war dumm von mir. Ja. Ich will. Ja. 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 Der Hydrat hat dich unterschätzt. Okay, schloss des Hydrat, so, so, das haben wir also abgeschlossen, gut, dann weiter im Text. Oh, ich habe nur zwei neue Zeitstempel gefunden und Talisman. Kein Schaden durch Feindangriffe, wenn beschworene Schattenbestien anwesend. Was ist eine beschworene Schattenbestie? Wie macht man das? Eine beschworene Schattenbestie. Hier mal gucken. Ja, ja, Punkte, 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 Punkte. Will ich zuerst etwas freischalten. Und zwar das hier, der Explosion. Ja. Kostet ein Gesundheitspunkt. Erfolg erzeugt Punkte, aber verdammt, der Feind setzt die Energie gegen etwas. Blutrausch. Ist nicht wichtig. Aber was ist es wichtig? Ist es wichtig für mehr Punkte? Mal den unteren. Einer Million. Moment mal. Ist es jetzt eine Schattenbestie? Ich weiss nicht was eine Schattenbestie ist. Die Spengst. Naja. Auch egal. Würde ich sagen, wir gehen weiter und gucken was hier ist. Was ist es wichtig? Ja.